hallo und willkommen zu einem neuen fordland video von mir leute heute leute beginnt kapitel 4 season 4 leute ich bin ein bisschen aufgeregt deswegen habe ich meine anmoderation jetzt gerade ein bisschen verkackt leute leute ich bin so halt ihr seht das alles schon wir haben gestern kurz gestreamt haben wir uns den trailer angegeben heute gab es ein gameplay trailer den habe ich leider nicht gemacht leute weil das wäre einfach so viel zeitintensiv ich habe jetzt sechs minuten in der warteschleife gestanden die server sind genau pünktlich um 14 online gekommen also genau jetzt wenn ihr das video sieht vor zwei stunden und jetzt wisst ihr auch wann ich das aufnehme leute stream heute abend fällt aus dafür starten wir jetzt den stream quasi wenn ihr das video seht müsste das stream eigentlich noch laufen kommt auf jeden fall rein und wenn nicht schaut den einfach nach und das game end ins spiel rein ich bin mies gehypt leute weil alter was man gesehen hat in den leaks es ist so krass ne ich bin oh mein gott oh mein gott oh mein gott ihr seht das schon so viel neues zeug die map ist ultra nice geworden oh gott jetzt hat mein handy vibriert ist egal leute wir gehen jetzt rein ok der battle pass trailer den haben uns gestern schon angegeben hier ist der andere trailer brauchen wir uns jetzt auch nicht geben und jetzt geht's rein fordner crew battle pass aber fordner crew leute da kriegt battle pass einfordern die du was freigeschaltet da ich diesen skin jetzt hier nolan change chance oder was weiß ich ganz cooler skin gefällt mir nicht ist nicht mein favorit wenn ich ehrlich bin hier ist der neue battle pass erst mal gucken wir uns den spinnen da ein item shop hat sich da irgendetwas verändert außer der hintergrund nee 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 nix besonderes naja aber die ganz most wanted sachen sind wieder zurück und hier gibt es neue aufgaben seht ihr schon hier sind die neuen orte also hier eclipsed estate hier hier gefällt mir mega ist mal was neues bin mies halb das sind die aufgaben hier wahrscheinlich neue ranket aufgaben gibt es auch da gibt es ein backpack hier oben seht ihr das mal ein paar gegenstände angucken das will ich unbedingt haben das ist ultra nice alter schwere junge das sind halt alles gratis sachen wieder könnt euch wieder freischalten hier gibt es auch mal schnappschüsse aufgaben gibt es auch noch mal so kondensstreifen schließt noch ja nice und was gibt es hier noch auch noch mal hier so ein backpack leute es gibt halt ultra viel gratis zeug holt euch das auf jeden fall ab auftragsbelohnungen was gibt es denn hier ein ladebildschirm schließt sechs okay was das hier für ein kondensstreifen okay ah hier geld oha nice lang geht die season bis zum dritten november leute also gar nicht mal so lange asoka ist star wars interessiert mich eigentlich relativ wenig bonus zeug das ist eine spitzhacke ist jetzt nicht ich weiß es nicht ist egal oha es gibt so nice gemacht den battle pass an leute das ist die erste seite hier das hier dieser typ gibt es hier noch einen zweiten stil der gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser der gefällt mir ein bisschen besser ganz nice dann geht es hier weiter mit piper gibt auch mal ihren zweiten stil hyper round piper auch ganz nice das ist mein ferrit skin habe ich ja gestern im stream schon gesagt muskelstäbchen alter wie wild junge das pumpte sich hier rein also so fischfutter nice da gibt es noch mal einen zweiten stil gefällt mir nicht so da gibt es noch einen anderen stil aber da gefällt mir auch nicht so gefällt mir der normalste das ist auch mein ferrit skin ultra nice da finde ich aber diesen rucksack ultra cutie ne so das ist der zweite stil hier ist nochmal der zweite rucksack ganz okay ganz okay ausgehen finde ich jetzt nicht mein ferrit ist ganz okay brauche ich jetzt nicht viel zeigen jetzt geht es weiter hier kaby lame auch nicht ganz so nice also für mich jedenfalls nicht für andere bestimmt ist und justin skin justin hat gesagt er würde den mies feiern deswegen wird er den wahrscheinlich auch grinden das hier finde ich ganz nice den hängegleiter ganz cool was gibt es hier noch hier ist die ahja kaduja der ist mega nice hat er nicht einen zweiten stil noch nee hier nicht hier kann er sich aber noch verwandeln hier oh mein fucking gott wie geil ist das denn das mit das wird meine haupt skin ich sage euch wie es ist diese season wird das meine haupt skin so wie gesagt mehr brauche ich euch eigentlich auch gar nicht zeigen spielt selber und wie gesagt alle aufgaben sind resettet könnt ihr noch mal durchstarten in dem sinne leute wünsche euch allen noch einen schönen tag lasst ein like da abonniert wenn es nicht knapp aktiviert die glocke ist ihr kein was für verpasst schon in die büchern dass das verlinkt in dem sinne haut drin bis dann und ciao leider